Was ist ein Infusionssystem? Welche Komponenten gehören dazu? Und welche Wechselintervalle werden empfohlen? Herzlich Willkommen auf Hygienecampus! Was gehört nun eigentlich zum Infusionssystem? Zum Infusionssystem gehören alle Komponenten zwischen dem Katheterhub und dem Infusionsbehälter. Damit gehören auch automatisch zum Beispiel alle drei Wegehähne und Ventile dazu. Vor und nach jeder Manipulation am Infusionssystem ist eine hygienische Händedesinfektion erforderlich. Ebenso ist für jede Manipulation der Konnektionsstellen diese zu desinfizieren. Das Tragen von Einweghandschuhen ist obligat. Wie häufig müssen nun die Infusionssysteme gewechselt werden? Dazu äußert sich die Hygienekommission des Robert-Koch-Institut wie folgt. Ein Wechsel der Infusionssysteme sollten nicht häufiger als alle 96 Stunden erfolgen. Es gibt Ausnahmen, wie bei Blut- und Blutprodukten wird ein Wechsel nach 6 Stunden empfohlen, bei lipid-teiligen Infusionen nach maximal 24 Stunden. Wie immer sind jedoch die Herstellerangaben zu beachten. Bei Verdacht auf eine Gefäßkatheter-assoziierte Infektion hat es sich in der Praxis bewährt, das gesamte Infusionssystem sofort zu wechseln. Hat Dir das Video gefallen, freue ich mich über ein Abo oder ein Like.